Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal, mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich gute und gesunde Grenzen setzen in Beziehungen? Wenn ich mit einem Menschen zusammenlebe, dann kommt es natürlich aufgrund von der Nähe immer wieder auch zu Reibereien, weil ich Dinge auch möchte, die der andere nicht möchte und aufgrund der Nähe werden wir ziemlich schnell auch an Punkte kommen, wo ich merke, das ist nicht so, wie ich es gewohnt bin und da liegt eben dann die Zahnpasta nicht links, sondern rechts und die Zahnpastatube ist auf und zu geschraubt. Sie kennen alle diese Beispiele, das sind jetzt so Stereotypen, für das mich etwas ärgert, weil ich das nicht gewohnt bin und dass ich dann mir denke, das muss sein, weil die Zahnpaste darf nicht eintrocknen und für den anderen ist es völlig wurscht, ob sie eintrocknet und so. Ich finde das ein klassisches Beispiel, worüber man sich ärgen kann, worüber man dann gut streiten kann und was sich aber nicht ändert, weil das Interessante ist ja, es bleibt dann trotzdem so, und weil es halt der andere gewohnt ist, weil er gerade bei solchen ganz tief eingefleischten Alltagstätigkeiten wie Zähneputzen, was er seit Kind an jeder macht, dann nicht mehr nachdenkt. Und das ist alles so tief automatisiert, schon so im Unbewussten des Zähneputzen, obwohl mir ja bewusst Zähneputzen sollte jeden einzelnen Zahn, dass man irgendwie innerlich dann gar nicht mehr mitdenkt. Und selbst wenn man sich vornimmt, ah ja, der Partner will, dass ich zuschraube, vergesse ich zum Zuschrauben, weil ich so in der Früh noch so müde und in diesem Alltagstrott bin und das eher so automatisiert mache. Wie kann ich da jetzt dann gute Grenzen setzen? Weil es stört den Partner wirklich, es kommt wirklich immer wieder zu Missstimmungen wegen dieser Lappalie. Eine Lösung ist, auch um sich selber ernst zu nehmen, dass man versucht, das zu tun für sich, was man für sich braucht. Und wenn ich jetzt, um wieder in dem Beispiel zu bleiben, meine Zahnpasta zugeschraubt haben will, dann kann ich meine eigene kaufen. Wir brauchen ja nicht eine gemeinsame haben, sondern ich habe meine eigene. Da steht dann groß mein Vorname drauf und die ist dann immer zugeschraubt. Wenn jetzt der Partner im Halbschlaf, obwohl mein Name groß drauf steht, weil er halt nicht liest, das trotzdem jetzt meine eigene nimmt, dann muss ich sie halt irgendwo verstecken, wo er sie nicht, also verstecken, irgendwo auf die Seite stellen, wo er sie nicht gleich findet. Und dann findet er automatisch im Halbschlaf seine und damit kann seine immer offen sein und meine ist immer geschlossen, aber halt an einem guten Ort aufbewahrt, wo er es nicht gleich findet. Das wäre so eine Möglichkeit, also das klassische Divide et Impera, also Teile und Herrsche, er teilt die Zahnpasta nicht mehr, sondern jeder hat seine eigenen Zahnpasten und damit kann er eben herrschen. Also das wäre eine Form der gesunden Grenzsetzung, wo ich auch im Positiven auf meines schaue und der andere kann seines haben, dann brauche ich nicht mehr diskutieren. Wenn er sich nicht ändern mag, ärgert mich das nicht mehr. Und das kann ich schon auch für viele andere Bereiche dann auch ausdehnen in der Partnerschaft, wenn der Partner lieber in der Früh später aufsteht und ich dafür früher, ja dann kann ich in der Früh was anderes tun, weil ich weiß, er steht eh später auf, dann brauche ich mich nicht ärgern, dann brauche ich ihn nicht wachrütteln und dass der halb komatös dann ins Bad wankt und den ganzen Tag irgendwie paralysiert ist, bringt nichts, es ist gescheiter, ich akzeptiere es, das ist eben seine Grenze, ist übrigens genetisch vorbestimmt, ob man eben ein Langschläfer ist oder ein Frühaufsteher, da kann man genetisch gar nicht so viel ändern, man kann schon versuchen früher schlafen zu gehen, aber in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich plus minus so bleiben, auch wenn er noch so früh schlafen geht, kann er trotzdem viel länger schlafen und schlaft am besten in der Früh, also das ist so. Und man kann einfach halt versuchen, da einen Mittelweg zu finden, aber eigentlich ist für mich dieses erste Prinzip der Grenzsetzung in der Partnerschaft, dieses Divided Impera, dass ich unterschiedliche Bereiche akzeptiere, ohne dass deshalb die Beziehung in Frage stehen muss. Es ist ja in Ordnung, dass einer länger schlafen und einer kürzer und deshalb haben wir uns trotzdem gern und wir haben ja trotzdem viele Schnittmengen. Wenn es gar keine Schnittmengen mehr gäbe und wenn jeder nur sich auf seine Burg zurückzieht und nur noch ein Nebeneinander herleben ist, ohne eine Schnittmenge, ohne Gemeinsamkeiten, das wäre dann schade. Das glaube ich aber nicht. Es gibt, vermute ich einmal ganz stark, ganz viele Gemeinsamkeiten und halt auch einige Nicht-Gemeinsamkeiten. Und diese Nicht-Gemeinsamkeiten muss ich jetzt nicht als Prüfstein sofort in die Waagschale werfen. Es gibt natürlich einige Nicht-Gemeinsamkeiten, die ich nicht tolerieren kann. Also wenn der Partner massive Dinge tut, die schwerstens in unserer Gemeinsamkeit, in unserer Beziehung eingreifen, dann kann ich das nicht tolerieren. Wenn der das ganze Geld verbraucht für irgendein Luxushobby, wo wir dann nachher kein Geld mehr haben, um den Lebensunterhalt zu bestreiten oder ich immer mein Geld zu 100% mit Ach und Krach hernehmen muss, weil der andere Partner in Saus und Braus seinen Hobbys frönt und da gar nicht bereit ist, irgendwas einzubringen, dann gibt es natürlich irgendwo wirklich Grenzen. Und wenn wir dieses Beispiel hernehmen, wo ich merke, das ist absolut grenzüberschreitend, das geht nicht. Oder wenn der Partner sagt, sei nicht so und akzeptiere, dass ich so bin und ich aber merke, ich wäre hineingerissen in diese Situationen, die ich gar nicht will. Also gibt es viele Beispiele, die jetzt auch im unethischen Bereich sind. Also alles, was im kriminellen Bereich ist, wo ich dann zum Mitwisser werde oder wo ich dann sogar zum Handlanger werde, wo ich zum Komplizen werde, wo ich Dinge unterstützen muss, die ich moralisch überhaupt nicht unterstützen kann, wo ich mir denke, das ist gefährlich, das ist total unethisch und das will ich überhaupt nicht und das macht mich ja komplett panisch, weil ich bestehe mit einem Fuß im Gefängnis und das gibt es ja nicht. Da muss ich unbedingt Grenzen setzen, das geht nicht. Da muss ich ja sogar versuchen, meinen Partner davor zu schützen, weil der dann auch ins Kriminal kommt oder auf jeden Fall halt nicht auf dem richtigen Pfad. Wie kann ich das machen? Ich kann klar sagen, wenn du es so weitermachst, muss ich mich von dir trennen, das ist viel zu gefährlich. Ich will mich da entschuldig machen. Ich muss dich sogar anzeigen, wenn das so ist. Aber nicht, weil ich dich anzeigen will, sondern weil ich uns schützen möchte, weil ich eben auch dich bewahren möchte vor einem sicher gefährlichen und falschen Handeln. Da gibt es natürlich auch Graubereiche, wenn der Partner ein gefährliches Hobby macht und ich drehe da durch und sage, na, du stürzt ab und das Paragleiten ist viel zu gefährlich und du darfst nicht Paragleiten und ich halte dich ab vom Paragleiten und verstecke da den Schirm und so, dann wird es wieder schwierig, weil wenn der einen verantwortungsvollen Umgang mit Paragleiten hat, ja, das ist ein gefährliches Hobby, der Schirm kann wirklich zusammenfallen und da kann man abstürzen, aber es machen jetzt mehrere Leute und das ist jetzt nichts Verbotenes, das ist jetzt nichts ethisch Verwerfliches, aber natürlich ist es etwas Gefährliches. Und da muss ich mir dann auch überlegen, halte ich das aus, mit einem so gefährlichen Menschen zusammenzuleben, also mit einem Menschen zusammenzuleben, der so gefährliche Hobbys macht und wo ich dann ständig in Todesangst bin und ständig mir denke, ich bin jetzt dann gleich ein Alleinerziehender im Elternteil und so weiter. Also das heißt, das kann schon sehr belasten. Grenzziehung in der Partnerschaft heißt daher, dass ich das mit dem Partner ausrede und wenn der sagt, das ist aber mein Leben, das ist meine Form der Freiheit, Paragleiten und das ist nichts Verbotenes und ich mache es verantwortungsvoll, muss ich ihm so viel Vertrauen geben, dass er es tun darf. Wenn das ins Kriminelle geht, dann ist Schluss mit Vertrauen, das ist eine ganz klare rechtliche und ethische Grenze, dann muss ich sagen, das mache ich nicht mehr mit. Ich mache mich da nicht koabhängig und damit auch mitschuldig. Und da geht es dann auch ganz klar darum, eben auch Abstand zu nehmen, auch sich in Sicherheit zu bringen, auch wenn es schwer ist. Aber es gibt eben ganz klare Grenzen. Wo sind Ihre Grenzen? Vielleicht können Sie mir das auch schreiben. Vielleicht können Sie da wirklich auch unten in den Kommentaren da auch wirklich einen intensiven Austausch starten miteinander. Das Schöne ist ja, es können ja alle von der ganzen Community dann auch antworten. Das sind nicht so einfache Fragen, die man ganz klar beantworten kann. Und das muss doch oft dann auch sehr individuell entscheiden. Aber die Community kann wirklich uns allen eine Unterstützung und eine Hilfe sein. Und dazu lade ich Sie sehr gern ein und das ist auch das Ziel von meinem YouTube-Kanal, dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen und gegenseitig wirklich einen Austausch ermöglichen. Grenzen in der Partnerschaft heißt, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was mir wichtig ist, ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Das kann ich kommunizieren und zwar deutlich, so dass der andere versteht, dass es zu möglichst wenig Missverständnis kommt, dass es möglichst eindeutig klar und deutlich strukturiert formuliert ist und ich bin in der Lage, Konsequenzen für mich zu ziehen, wenn es überbordend wird, gefährlich wird, nicht mehr verantwortbar wird und wenn ich sage, ich muss mich und meine Kinder da zum Beispiel schützen, dann ist das richtig, in Ordnung und notwendig. Letzter Punkt ist noch, Grenzen setzen bei einem narzisstischen Partner, der mich immer über den Tisch zieht, der mich immer zum Sklaven machen will. Sobald ich das erkenne, muss ich mich genauso schützen und muss sagen, kommt er nicht in Frage, dass ich mich zum Sklaven machen lasse. Wenn zwei Narzissen sind, die sich gegenseitig zum Sklaven machen und das ein Muster wird, ist das ein Spiel, ist das ein gegenseitiges Wettrennen, wer hat jemand schneller zum Sklaven gemacht? Das muss ich als Erste erkennen und sagen, ich spiele da nicht mehr mit, Hase- und Igelspiel bringt es nicht. Da gibt es nämlich dann zwei Igel und zwei Hasen, die immer gleichzeitig schon da sind. Also nein, mache ich nicht. Sondern ich möchte einen ehrlichen, authentischen, kommunikativen Zugang zu meinem Partner haben, der meine Grenzen auch achtet und der nicht daran drüber fährt. Wo ich auch ernst komme, wenn ich sage, bitte, so möchte ich es nicht. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann bitte schützen Sie sich. Alles Gute für die Grenzziehung und die guten gelebten Grenzen in Ihren Beziehungen.